So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramzes, der Dicke, eine neue Folge Max Out Monday. Ich glaube, das ist diesmal die GoFest Special Edition, denn ich habe gesehen, bei der letzten Max Out Monday Folge sind glaube ich so wenig Kommentare, dass da wahrscheinlich nur zwei oder drei Vorschläge dabei sind, die machbar sind, die überhaupt abgegeben wurden. Und wie will ich denn fünf Vorschläge aus der Community maxen, wenn ich gar keine fünf Vorschläge aus der Community habe? Ich selber wusste auch nicht, was ich für einen Titel Pokémon nehmen soll, habe ich mich für zwei entschieden und werde wahrscheinlich diese Sendung übernehmen. Wir wollen uns aber trotzdem gleich mal angucken, was ihr für Vorschläge gemacht habt. Zuallererst möchte ich noch mein Showcase-Ergebnis abholen von gestern. Da konnte man nämlich am Sonntag gab es Showcases mit Rai Quarzer und mit Pikachu. Ich habe drei Pikachu gesetzt. Bei dem einen bin ich auf Platz zwei. Ich weiß nicht, wie der Typ das gemacht hat. Der hat einen Pikachu reingesetzt mit einer Bewertung über 1000 Punkte. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand über 1000 Punkte im Showcase hatte. Der hat einfach 1060 oder so gehabt im Showcase als Bewertung. Wie brutal, wie krank muss das denn sein? Das muss ja das Schwerste, das Größte von der Größe her und noch 100% am besten sein, damit das die meisten Punkte erreicht. Denn die setzen sich ja zusammen aus Größe, aus Gewicht, aus IV-Bewertung, sonst was. Dadurch wird ja eine Bewertung, eine Punktzahl errechnet, wer das noch nicht wusste. Also ich weiß es auch nicht, ich habe nur irgendwas aufgeschnappt. So, dann gehen wir jetzt, bevor ich überhaupt was maxe, mal rein in die Kommentare unter dem Letzten. Normalerweise maxe ich ja einen Titel-Pokémon auf 50 und 5 Vorschläge von euch vorausgesetzt. Ich habe genügend XL Bonbons zu maxen und ein 100% von diesem Pokémon zu maxen. Jetzt gehen wir mal hier rein. Das war die letzte Folge. Da haben wir ein Lucario gemaxed. Genau, ein Shiny Lucario in 100%. Das war auch richtig brutal. Und jetzt kommt der erste Kommentar hier von Itzijov. Der sagt Purmel. Jetzt gehen wir hier rein, geben wir mal ein. Vier Sterne. So, vier Sterne und Purmel. Das sehen wir. Hä? Habe ich schon drei? Ich dachte, ich habe nur zwei. Also wir haben damals ein Vivillon gemaxed. Das ist sehr genial. Dann haben wir hier ein Purmel. Das ist noch nicht ganz gemaxed. Das können wir aber auch nicht maxen. Da fehlen nämlich noch XL Bonbons. Und wir haben sogar ein drittes. Das heißt, die Familie wäre voll. Das ist genial. Das heißt, das eine müsste sich eigentlich mal entwickeln zu... Wir entwickeln das mal kurz. Wir können zwar gerade nichts maxen, aber wir entwickeln das mal kurz, damit ich genau sehe, dass ich die Familie in 100% auf jeden Fall am Start habe. Und mir nur noch Bonbons fehlen. Purmel geht jetzt nicht maxen, weil mir die XL fehlen. Die kommen aber mit der Zeit. Das ist jetzt nicht so das Problem. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz ein Foto machen für Pupsi. Das sieht auch richtig toll aus. Da freut sie sich auch wieder. Bitte schön. Weil das kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Das geht mich jetzt nichts an. Gucken wir mal, was der Zweite sagt. Der Zweite ist Timo Ruger. 100% Lucario hat er hochgezogen. Vorschlag nicht dabei. Benjamin Engel. Er schlägt vor. Krypto. Ultrigaria. So. Schauen wir mal rein. Wenn wir nur Ultrigaria eingeben. Vier Sterne und Ultrigaria. Ultrigaria in dem Sinne. Guck mal. Wir haben Knofensa gemaxed. Wir haben Ultrigaria damals gemaxed. Wir haben Sarzenia gemaxed. Und wir haben Krypto Sarzenia gemaxed. Haben wir auch Krypto Ultrigaria gemaxed? Nein. Haben wir nicht. Deswegen maxen wir jetzt Krypto Ultrigaria auf Level 50. Das ist der erste Vorschlag von euch. Machen wir natürlich hier auch den Level 50 Tag noch dran. So. Wunderbar. Gehen zum nächsten. Hier haben wir Baloo. Baloo sagt Pionscora. P.I.O. Hier haben wir Pionscora. Ist nicht auf 50. Das ist auch nicht auf 50. Dieses Pion Draghi ist auf 50. Und bevor wir das kleine maxen. Maxen wir jetzt einfach dieses 100% Krypto Pionscora noch hinterher. So haben wir Pion Draghi und Pionscora als 100% Kryptos. Als Familie voll. Weil das ist viel besser. Als wenn wir hier dieses kleine normale maxen. Guckt euch das doch mal an. Was für ein Biest das ist. Das ist also nicht die GoFest Edition. Das ist bis jetzt die Krypto Edition. So. Drittes. Tobias Reuter sagt Ultrigaria. Aber haben wir ja schon gemacht. Eben. Warten wir also ab. Tobias Reuter sagt Wuffels. Habe ich kein 100%iges. Nenn deinen Wolli bitte Willi. Äh. Da kann ich nochmal ganz kurz reinschauen. Auf Wolli. Nenn mal Wolli Willi. Komm wir nennen Wolli Willi. So. Jetzt heißt es Willi. Das sieht gut aus. Und dann können wir weiter gehen wieder. Biso Fang oder Tauros please. Da bin ich sehr enttäuscht über Mali gewesen. Habe gezeigt. Bei Biso Fang habe ich keine XL. Tauros ist schon gemaxt auf Level 50. Das haben. Genau den Vorschlag hat er im letzten Video gemacht. Genau die zwei habe ich gezeigt. Genau die zwei schlägt er aber genau wieder vor. Hat er nicht geguckt. Schreibt nur Kommentar. Bin ich enttäuscht. Bisa Knosp sagt Genaya. Die hat ja jetzt noch keinen Vorschlag gemacht gehabt. Bisa Knosp denke ich mir so. Müsste doch schon fertig sein, oder? Bisa Sam. Bisa Knosp. Bisa Flor. Sind alle drei fertig. Mali. Jörg. Und das war es. Da stehen keine Vorschläge mehr. Ich habe theoretisch nur zwei Vorschläge gehabt jetzt von euch. Und normal möchte ich ja immer sechs Vorschläge maxen. Das heißt, vier muss ich jetzt selber bestimmen. Dafür habe ich jetzt aber zwei Titel-Pokémon. Passt mal auf. Weil das Go-Fest war, habe ich gute Laune. Gebe jetzt hier mal ein. Vier Sterne Groudon, Kyokre, Ray. Ich habe hier zwei hundertprozentige Raikwaser. Die sind beide schon auf Level 50. Dann habe ich hier ein hundertprozentiges Groudon. Das ist auch auf Level 50. Von Frau Deluxe damals gefangen beim Go-Face 2020. Ich habe genügend XL, um eigentlich nochmal zwei voll zu machen. Ich hatte das die ganze Zeit schon. Ich habe jetzt nochmal 300 geholt, weil ich eigentlich auch einen Shiny maxen wollte. Aber wir werden das jetzt einfach maxen. Auch auf 4.652. Weil das ist Urinalbecken. Der kriegt jetzt auch den Level 50 Tag dran. Weil Groudon ist immer gut. Der hat jetzt hier drachenrute Solarstrahl. Um die Attacken kümmere ich mich irgendwann später. Urinalbecken also fertig. Frau Deluxe fertig. Host of Death fertig. Ray Quarzer fertig. Und wir haben auch zwei Kyokre in 100%. Das hier hat auch immer dann die Mega-Entwicklung dabei. Das heißt, hier werden wir auch den Level 50 Tag gleich dran ziehen, nachdem wir es hochgezogen haben. Werden jetzt Kyokre, Groudon beide maxen. Den Namen kann ich weg machen. Den Tag muss ich noch dran machen. So habe ich zwei von euch gehabt. Zwei Legendäre von mir gerade gehabt. Das ist richtig stark. Und dann ist mir ein Pokémon beim Go-Fast aufgefallen. Was ja in den Habitaten rumgerannt ist. Was schon oft gewünscht wurde. Ich bisher nie die XL Bonbons hatte. Und ich deshalb jetzt extra gehunted habe. Die XL jetzt voll habe und deswegen maxen möchte. Und das ist Lapras. So, guckt euch die Armee hier an. Ich finde das cool. Kyokre, Groudon, Ray Quarzer von jedem 200er. Alle mitgenommen. So muss das aussehen. Was ist das Spezielle jetzt bei Lapras? Lapras habe ich ein 100%iges normal. Und ein 100%iges mit Schleife. Und die sind besonders. Die gab es ja nicht wild. Die gab es nur aus Quests. Jetzt habe ich aus einer Quest 100% Lapras mit Schleife damals bekommen. Das nehme ich jetzt. Und das wird mein Lapras sein. Welches ich jetzt hochziehe und maxe. Auf Level 50. 2.985 WP. Mit dem Level 50 Tag dran. Das ist mein 100er Lapras jetzt. Als Go-Fast Edition. Weil es eben hier beim Go-Fast Habitat so oft vorkam. Und weil man das eben fangen konnte. Und ich jetzt endlich die Bonbons zusammen habe. Und dann habe ich noch ein was. Da werdet ihr jetzt denken. Wie passt das denn da rein? Symbolara. Symbolara war das Regionale. Was eigentlich in Griechenland und so rumrennen. Oder Ägypten. Ägypten, Griechenland. Was aber zum Go-Fast Osaka, zum Go-Fast London und zum Go-Fast New York aufgetaucht ist. Und in Anlehnung an die drei Go-Faste möchte ich mein 100er, was ich 2020 bekommen habe, auch maxen. Auf 2.883 WP. Das heißt, ihr seht, selbst wenn ihr keine Vorschläge habt oder macht. Ich finde immer was, was ich noch maxen kann. Zur Not gehe ich den Pokedex ganz normal durch. Von der ersten bis zur letzten Generation und gucke, was ist noch nicht gemaxed. Was geht noch? So. Das ist Symbolara. Das sieht wunderbar aus. Das war die Go-Fast Edition von Max Out Monday. Mit Groudon, mit Kyogre, mit Rai Quarza, mit Symbolara, mit Lapras, mit allem drum und dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann in Peace Out vorhaut. Euer Ramses. Wenn ihr eine Idee habt, was ich noch maxen könnte, dann schreibt so eine dieses Video. Wenn ihr ein Lieblings-Pokémon habt, was ich maxen soll, schreibt so eine dieses Video. Mal gucken, wer was drunter schreibt. Mal gucken, wer Recht hat. Mal gucken, wer erwähnt wird und reinkommt. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace Out vorhaut. Euer Ramses. Das habe ich nicht eben schon gesagt. Ciao.